Vor allem hat gewaltfreie Kommunikation die berühmte vier Komponenten, mit denen man etwas kommunizieren kann, das einen stört. Wenn du das Gespräch direkt schließen möchtest, dann ist es sicherlich der einfache und schnelle Weg, das sehr final und endlich sozusagen auszudrücken. Und das machen viele und damit kommt man auch durch bis zu einem gewissen Punkt. Bei Gefühlen ist es einfach erst mal generell wichtig, wird da gesagt, sich selbst bewusst zu sein, was man fühlt und anderen dabei zu helfen, das auch zu wissen. Das ist die Empathie. Wir haben immer mit Beziehungen zu tun und mit so viel schlechter Kommunikation. Und da kann jeder ein Lied von singen und das einfach mal zu hinterfragen, wo ist das Kommunikationsproblem und mit was für wenigen kleinen Interventionen eigentlich man schon Dinge lösen kann. Herzlich willkommen bei Learnings, einem Podcast von Orange bei Handelsblatt mit Joana-Marie Stolz, Tobias Kargol und Philipp Böndel. Herzlich willkommen bei Folge 93 von Learnings, eurem von Orange bei Handelsblatt präsentierten Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen. Ja, herzlich willkommen und ein frohes Nachostern sozusagen. Sagt man das so? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wir sagen das jetzt so. Genau. Und wir sprechen heute über ein Thema, das bei uns schon mal am Rande vorkam, aber das noch einiges mehr hergibt, nämlich das Konzept der gewaltfreien Kommunikation, mit der du dein eigenes Leben und die Zusammenarbeit in einem Team harmonisch, konstruktiv und damit auch produktiver gestalten kannst. Hast du dich damit schon mal beschäftigt, Joana? Total, aber bevor wir da einsteigen, muss ich offiziell erstmal eine Vermisstenmeldung von Philipp Böndel rausgeben. Ihr fragt euch sicherlich seit einigen Wochen, wo ist Philipp? Nein, das fragen wir uns auch. Wir wissen natürlich, wo er ist, aber an dieser Stelle, er ist definitiv beim nächsten Mal dabei, würde ich sagen, oder? Beim nächsten Mal ist er wieder dabei? Ich glaube schon, also das sind wir hier unseren Hörern und Hörerinnen schuldig. Wir gehen hier ein bisschen durcheinander mit Corona-Auszeit und... Craziness im Allgemeinen und so. Genau, ein bisschen terminlich alles schwierig, aber die nächste macht dann wahrscheinlich wieder Philipp. Auf jeden Fall. Das werden wir an ihn weitergeben, dass er sich definitiv die erste Minute dieses Podcasts anhören sollte, dringend. Genau, von daher, wenn ihr ihn seht, irgendwo draußen, sprecht ihn an und sagt ihm, dass er flugs wieder hier ins Studio kommen sollte. Also, gewaltfreie Kommunikation, wo wir doch beim Thema sind. Wo hattest du denn da Berührungspunkte? Berührungspunkte? Ach, ich habe gerade schon überlegt, in der Uni tatsächlich. Ich habe ja Kommunikationswissenschaft studiert und da bleibt das natürlich nicht aus. Wenn du mich natürlich jetzt fragst, definiere das einmal, dann muss ich da ein bisschen schwächeln, glaube ich. Dafür habe ich mich ja vorbereitet, das ist nicht so schlimm. Sehr gut, das ist schon ein bisschen länger her. Genau, Rosenberg fällt mir noch ein, das ist ja so ein bisschen, glaube ich, der Verfechter. Der Vater davon. Der Vater sozusagen, genau. Und irgendwie, ja, Situationen herzustellen, wo beide irgendwie glücklich rausgehen aus einem Gespräch. Das ist, glaube ich, so ein bisschen Ziel, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Also so grob ist es hängen geblieben, aber du wüsstest auch nicht, dass du es konkret einsetzen würdest, wenn dann unterbewusst. Unterbewusst wahrscheinlich, ja. Schon so ein paar Tools gibt es im Coaching natürlich auch und ich glaube, solche Dinge hat man dann irgendwann drin oder hat sie nicht drin. Kommt ja auch aus der Psychologie, also da kannst du auch Parallelen geben zum Coaching beispielsweise. Ich habe tatsächlich ja auch unter anderem Kommunikationswissenschaften studiert, bei mir kam das aber nicht vor. Da hast du mir was voraus. Ich musste das dann nachholen später und mir begegnete das dann irgendwann mal im Arbeitsmarkt. Leben tatsächlich, weil da ein Kollege ein starker Verfechter davon war und da öfter mal darauf hingewiesen hat. Und hier bei uns im Podcast bei Learnings ist das Thema gewaltfreie Kommunikation in Folge 81 schon mal aufgetaucht. Da ging es darum, wie Farwell Williams Jay-Z noch besser machte. Und da ging es, hat Philipp uns was erzählt darüber, wie man konstruktiv Feedback geben kann, ohne dass andere Leute sich kritisiert fühlen und in so einen Verteidigungsmodus dabei gehen. Und das ist eine der Situationen, in der einem die Techniken der gewaltfreien Kommunikation helfen können, aber halt eben lange nicht die einzige. Generell ist erstmal die Ausgangslage zu sagen, schlechte Kommunikation führt zu dysfunktionalen Beziehungen, zu Missverständnissen und zu Frustration. Kommunikation und ist ein ganz, ganz großes Thema. Ich denke auch im Teamwork Kommunikation einfach, wie man da miteinander umgeht. Und unter anderem wird dann die gewaltfreie oder auch einfühlsame Kommunikation, so wird es auch teilweise genannt, auch zur Konfliktlösung eingesetzt, um Streit zu schlichten oder halt eben das Betriebsklima einfach zu verbessern. Also du kannst es dann benutzen, wenn es ein Problem gibt. Du kannst es aber auch einfach benutzen, um Problemen vorzubeugen und einfach die Kommunikation zu verbessern. Also ja, und allgemein geht es eben um einfühlsame Kommunikation, so kann man es schon sagen. Diesen Begriff finden viele Leute auch besser als gewaltfreie Kommunikation, denn wenn du jemandem sagst, in der Diskussion auch, in der Arbeit kann auch die Beziehung oder sonst was sein, wenn du da sagst, beschäftige dich mal mit gewaltfreier Kommunikation, dann implizierst du ja schon, also wirfst du schon jemandem implizit Gewalt vor, Gewalttätigkeit vor. Und das zeigt schon das Problem mit der Kommunikation. Es geht eben darum, Bedürfnisse und eine Bitte zu kommunizieren in der gewaltfreien Kommunikation, ohne jemandem etwas vorzuwerfen und ohne zu befehlen. Und deshalb sagen manche Leute, dann ist ja selbst der Name doch genau genommen, folgt schon nicht ganz dem Ansatz. Also vielleicht auch einfühlsame Kommunikation. Wenn man sich als Team auf solche Ansätze einigt und sagt, wir beschäftigen uns jetzt alle mal damit und wir versuchen uns daran zu halten, dann kann man damit eine Menge Streit vermeiden, der oft damit beginnt, dass sich halt A von B angegriffen fühlt. Entweder weil wirklich ein Angriff stattgefunden hat oder vielleicht gibt es auch Leute, die da dünnhäutig sind oder aus dem Kontext das dann einfach halt eben unterstellen. Das hat ja jeder von uns bestimmt schon tausendmal erlebt, schon alleine in den letzten 14 Tagen. Und ja, oder manchmal gibt es auch so Passive Aggressiveness einfach, dass jemand eine scheinbar wertfreie Problembeschreibung liefert, die aber im Endeffekt dann halt eben doch aggressiv ist und Vorwürfe irgendwie impliziert. Also das wollen wir jetzt halt eben vermeiden und gleichzeitig aber auch vermeiden, dass wir jetzt einfach alles um des Friedenswillen unter den Teppich kehren. Sondern die Sachen sollen schon angesprochen werden, sei es jetzt Farrell Williams, der Jay-Z-Tipps gibt, wie er noch besser als Rapper werden kann oder seien es halt Sachen, die dich stören bei Arbeitskolleginnen oder oder oder. Es geht einfach darum, harmonisch zusammenzuarbeiten, harmonisch zusammenzuleben und es geht tatsächlich nicht darum, andere Leute zu manipulieren, statt sie zu zwingen. Das könnte man halt auch meinen und so jetzt vielleicht auch der ein oder andere dann einsetzen wollen, aber das ist nicht im Sinne des Erfinders, sondern man möchte vor allem über, guckt man auch über dieses einzelne Problem hinaus und sagt, ich möchte hier dazu beitragen, dass wir eine langfristige Beziehung voller Ehrlichkeit und Empathie aufbauen. Also ihr merkt schon in dieser Folge, richtige Hippie-Scheiße. Boah, steckst du die Empathie direkt mit den Hippies zusammen. Ich glaube, das… Ja, ich muss das ja auch in meiner Redaktion, wo es um Gangster-Rap dann gerade geht, müssen wir das ja dann immer noch einbringen. Das stimmt. Daher kenne ich das halt von HipHop.de. Also, du musst dir, was du machen musst, wenn du dem jetzt also folgen möchtest, wenn wir jetzt alle Hippies werden wollen, dann müssen wir uns Kommunikationsmuster bewusster machen, die auch Empathie verhindern und halt eine offene und coole Kommunikation verhindern. Also sind zum Beispiel korrigieren und belehren fatal. Und das macht man manchmal vielleicht auch, dass man jemanden belehrt, ohne dass einem das so richtig bewusst ist. Auch positive Sachen wie beraten oder trösten können schwierig sein. Es geht stattdessen einfach darum wahrzunehmen, was jemand fühlt und was jemand braucht und gleichzeitig selber erkenntlich zu machen, was man fühlt und was man braucht, sodass man auf Basis von diesem Shared Knowledge, von dieser Informationsbasis dann halt eben ein Gespräch führen kann und ein Zusammenleben hinbekommt. Aber ich glaube, Empathie, Empathie finde ich wichtig. Also ich glaube, Pseudoharmonie ist das, was falsch ist, glaube ich, also in einem Gespräch. Wenn man so all das, was du beschrieben hast, wenn man so immer versucht, Harmonie, also harmonisch zu sein, weil man das nicht aushalten kann zum Beispiel, irgendwie Kritik oder so. Also Empathie finde ich jetzt persönlich. Darum geht es ja, die ist was Gutes. Also die ist was Gutes, genau, richtig. Also es geht, genau, okay, dann hatte ich das gerade missverstanden. Genau, es geht darum, dass diese, ich sage mal, so eine Pseudoharmonie nicht entsteht, also in einem Gespräch. Ich bin auch ein riesen Fan von Harmonie, also, aber die Harmonie kannst du auch nicht aufrechterhalten, eben wenn du Sachen irgendwie unter den Teppich kehrst und dann ist halt die Frage, wie kann man halt eben darüber sprechen, ohne dass es zu einem Gegeneinander führt. Ja, genau. Gerade wenn es kritische Punkte irgendwie vielleicht sind. Manchmal so ein, also es gibt dann konkrete Techniken einfach, die vorgeschlagen werden, gerade in den Büchern von Rosenberg, den du schon auch genannt hattest. Das werden wir wie immer auch natürlich in den Quellen nochmal mit angeben, auf learnings.de beispielsweise und beispielsweise kannst du öfter helfen zu paraphrasieren, um auch immer so gegen zu checken, ob man sich richtig verstanden hat. Ja, also ich kann dann zum Beispiel sagen, dir ist Ordnung wichtig. Und dann sagst du, nein, mir geht es gar nicht um die Ordnung. Ich will nur nicht das Gefühl haben, mit der Arbeit alleine gelassen zu werden. Und dann versteht man es vielleicht schon wieder ein Stück besser, dass es eigentlich gar nicht um die Ordnung ging bei dem Streit darum, wer jetzt hier gerade den Müll rausbringt oder nicht rausbringt im Büro oder whatever. Vor allem hat gewaltfreie Kommunikation die berühmte vier Komponenten, mit denen man etwas kommunizieren kann, das einen stört. Da geht es dann um erstens Beobachtung, zweitens Gefühle, drittens Bedürfnisse und viertens Bitten. Ja, Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, Bitte. Und die bringt man am besten hintereinander. Ich habe mal versucht, einen Beispielsatz zu basteln. Großmeister der gewaltfreien Kommunikation können mich da gerne in einer E-Mail korrigieren, was in dem Satz noch falsch war. Ich habe den nämlich auch 18 Mal umgeschrieben, immer wenn ich noch weitergelesen habe. Also versuchen wir es mal so mit Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte. Letzte Woche war ich dreimal der letzte im Büro und habe abends noch aufgeräumt. Ich war müde und genervt. Für mich ist es wichtig, dass unser Büro morgens top aussieht und dass Arbeit immer fair geteilt wird. Was haltet ihr davon, wenn wir uns darauf einigen, dass alle, bevor sie gehen, die eine Runde aufräumen, sodass wir das Büro jeden Abend auch Betriebszustand zurückbekommen. Wäre jetzt ein Versuch, es so zu formulieren, dass du und die acht anderen Mitarbeiter sich nicht irgendwie angesaugt fühlen und nicht sagen, aber du hast ja auch letzte Woche und so weiter und so fort und dass wir irgendwie konstruktiv weiterkommen. Also nochmal Stück für Stück. Letzte Woche war ich dreimal der letzte im Büro und habe abends noch aufgeräumt. Hier lässt man erstmal jede Bewertung und jedes Beurteilen weg. Also man sagt jetzt nicht sowas wie, weil ihr wieder alles stehen gelassen habt und darauf scheißt, dass das dann an mir hängen bleibt. Oder weil euch scheinbar scheißegal ist, wie es hier aussieht. Das spart man sich. Selbst weniger drastische Sachen spart man sich. Man beschreibt einfach das, was ist und passt dabei auf, nicht implizit dann irgendwie doch zu bewerten oder Vorwürfe zu verstecken. Man sollte dabei auch bekannterweise mit Begriffen vorsichtig sein, wie immer oder nie. Und selbst mit häufig. Dieses hier so, ihr räumt nie auf oder lasst immer alles stehen, das stimmt natürlich nicht. Niemand räumt nie auf. Und selbst das mit häufig lässt man dann vielleicht öfter weg. Deshalb habe ich mir dann da auch irgendwann den Satz korrigiert und habe dann gesagt, letzte Woche war ich dreimal der letzte im Büro und habe abends noch aufgeräumt, anstatt zu sagen, ich bin häufig abends der letzte im Büro. Weil das ein Tipp war, mach es konkret so und beschreib die Sache, wie sie ist, ganz sachlich. Zweitens das Gefühl. Da habe ich dann gesagt, ich war müde und genervt. Da habe ich schon zwei Gefühle da drin. Diese Gefühle soll man jetzt wieder nicht mit einer Beobachtung verbinden. Ja, also nicht, ich bin der letzte im Büro, muss alleine aufräumen, deshalb bin ich genervt, weil das ist ja schon eine Interpretation, sondern einfach nur das Gefühl beschreiben. Und was dann auch noch ganz spannend daran ist, die Handlung eines anderen ist nie die direkte Ursache deiner Gefühle, sondern deine Gefühle kommen daher, wie du die Handlung von jemand anderem aufnimmst. Ja, wenn du es jetzt für gerecht halten würdest, dass du aufräumen musst andauernd abends, dann wärst du ja nicht genervt. Du bist genervt deshalb, weil du es als ungerecht empfindest oder weil du unterstellst, du würdest öfter aufräumen als ich oder 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 oder. Ja, genau. Also das ist ein wichtiger Punkt. Gleich auch nochmal dafür, da muss man halt vorsichtig damit sein. Man muss sich immer selber auch die Verantwortung dafür übernehmen und sich das halt eben klar machen. Okay, das ist mein Gefühl, aber natürlich hat der andere es durch etwas ausgelöst und da kann man dann drüber sprechen. Und bei Gefühlen ist es einfach erst mal generell wichtig, wird da gesagt, sich selbst bewusst zu sein, was man fühlt und anderen dabei zu helfen, das auch zu wissen. Das ist die Empathie, von der du gerade auch gesprochen hast. Die steht da ganz im Zentrum. Ich könnte auch noch genauer sagen, vielleicht war ich ja gar nicht genervt, sondern vielleicht war eigentlich eher das Ding, ich fühlte mich ungerecht behandelt oder ich fühlte mich alleingelassen oder so. Ja, irgendwas stand ja dahinter. Das ist ja vielleicht noch konkreter, als zu sagen, ich war genervt. Ich fand nur, dass vielleicht, das enthält irgendwie auch schon wieder einen Vorwurf. Ich fühlte mich ungerecht behandelt. Heißt ja, du hast mich ungerecht behandelt, oder? Das ist doch schon eine Attacke. Naja, erst mal ist es ein Bedürfnis von dir, dass du dich gerne gerecht behandelt fühlen würdest hier im Büro. Und dass du dich in irgendeiner Form jetzt ungerecht behandelt gefühlt hast, weil du abends länger da warst. Das ist schon in Ordnung, also das in einem Bedürfnis zu formulieren. Das Bedürfnis kommt auch gleich, aber jetzt bin ich ja erst mal auch beim Gefühl. Und wenn ich sage, ich fühle mich alleingelassen, impliziert es irgendwie, du hast mich alleingelassen. Das ist vielleicht trotzdem richtig, also vielleicht darf man das dann auch, aber wenn ich hier so versuche, diese Antikampfkunst auszuführen, dann denke ich mir so, also verbale Antikampfkunst. Also Ich-Botschaft ist ganz wichtig, das machst du ja schon. Also das ist beim Gefühl immer wichtig, in Ich zu formulieren. Das hast du ja gerade gemacht. Das ist, glaube ich, wichtig für diesen zweiten Teil. Und dann ist das dein Gefühl, wenn du dich gerade alleingelassen fühlst, dann ist das dein Gefühl. Das beschreibst du ja. Und du sagst ja nicht, ihr habt mich alleingelassen. Sondern du sagst, ich fühle mich alleingelassen. Wenn man es so rüberkriegt, safe. Übrigens, das, was du gerade gesagt hast mit dem Ich da drin, ist auch ganz wichtig. Und das fällt mir auch öfter auf, wie ich kommuniziere oder andere Leute dann halt eben kommunizieren. Es gibt ja zwei Sachen, wie man was rüberbringen kann. Du kannst entweder alles Mögliche immer wieder damit relativieren, wenn man so will, dass du sagst, ich bin der Meinung, ich habe das Gefühl, so und so, auch in der Diskussion. Sollen wir links oder rechts lang gehen? Fliegen wir oder fahren wir mit dem Auto nach Südfrankreich? Ich bin der Meinung, es ist besser, das und so zu tun. Andere Leute sagen halt, es ist besser zu fliegen. Punkt. Also die stellen Tatsachen dahin. Und das ist natürlich, wenn man sich durchsetzen will, kann das ein gutes Tool vielleicht auch sein. Weil man ist so ganz bestimmt, wenn der eine noch so rumphilosophiert, ja, einerseits, andererseits und ich bin der Meinung, vielleicht fliegen eigentlich doch besser, weil, sagt der andere einfach, Autofahren ist besser. Punkt. Kommt, glaube ich, auf den Inhalt an. Ich glaube, wenn es um Fakten geht oder so, dann muss ich ja jetzt nicht sagen, aber ich glaube, ich fühle irgendwie, dass es vielleicht… Wenn die Wand rot ist, ist die Wand rot. Ja, genau. Und wenn es nun mal kürzer ist zu fliegen, dann ist es vielleicht… Auch richtig. Weißt du so, ne? Aber wenn du jetzt halt in der Realität hättest, du ja eine Entscheidung wie was weiß ich. Ey, das Fliegen geht vielleicht einen Tacken schneller, ist aber noch schlechter für die Umwelt. Das eine ist sicherer als das andere. Und du bist jetzt auf dem Panel, wo wir auch über Nachhaltigkeit sprechen und es über Umweltthemen geht. Dann ist es vielleicht smarter zu sagen, ich, meine Meinung ist das und das. Und wenn wir das diskutieren und das gäbe für beides gute Argumente. Ja. Ja, dann hast du entweder die Möglichkeit, so zu argumentieren, das wäre dann gewaltfreier, dass du halt eben sagst, so, ich bin der Meinung, wir sollten unseren Prinzipien hier treu bleiben und die Umwelt schon, whatever. Oder anstatt halt zu sagen, so und so ist es. Zum Durchsetzen frage ich mich halt manchmal, ob es halt besser wäre, auf dieses Ich bin der Meinung und diese Relativierungen zu verzichten. Wenn du das Gespräch direkt schließen möchtest, dann ist es sicherlich der einfache und schnelle Weg, das sehr final und endlich sozusagen auszudrücken. Und das machen viele und damit kommt man auch durch bis zu einem gewissen Punkt einfach. Und in diesem Kontext, die Großmeister der verbalen Antikampfkunst würden halt sagen, nee, es ist aber falsch. Ja. Weil da fängt halt dann schon gewalttätiges Kommunizieren an, weil du das ja quasi mit Muskeln, mit Kraft so durchdrückst, indem du einfach sagst, so Autofahren ist besser. Ist es auch. So. Also ist es auch. Sehe ich total. Also auch wenn man, glaube ich, das ist ja oft auch in, ich sag mal, machtvollen Positionen, oftmals umso höher man kommt in der Führungsriege, oftmals kommen ja dann auch genau solche Seminare zum Einsatz, weil man, glaube ich, tatsächlich durch wenig Zeit, die man hat, versucht sehr, also das Arbeitsleben so durchzuoptimieren und dann auch in der Kommunikation manchmal, glaube ich, so kurz wird, dass man gar nicht mehr merkt, dass man zum Beispiel sein Ego durchdrückt einfach. Und das mag gar nicht bösartig sein, sondern einfach nur, meine Erfahrung ist das sozusagen und deswegen knalle ich jetzt einen raus, weil ich habe jetzt nur 30 Sekunden, um diese Entscheidung zu treffen und, also nicht immer und auch nicht pauschal jetzt nur, um mal genau dieses Gegenbild aufzumachen. Es hat auch viel dann mit Stilen von Leadership dann im Endeffekt zu tun, denn auf der einen Seite, wenn du immer so bestimmt bist, dann kann mir das ja auch Sicherheit geben, die Johanna weiß genau, wo es lang geht, so, da gibt es keine Zweifel, wir haben die richtige Entscheidung getroffen, sie hat direkt gesagt, Autofahren ist besser, so, und für deine Autorität kann das ja auch, erstmal kann man ja meinen, dass das irgendwo zuträglich ist, andererseits, wenn du andere Leute mitnehmen willst und wenn du ihnen das Gefühl geben willst, dass ihre Meinung auch wichtig ist, dann ist es halt besser, nicht direkt den Deckel drauf zu hauen. Wenn einer sagt, sollten wir nicht vielleicht eher fliegen, weil so, Autofahren ist besser. Ich glaube, das lässt sich verbinden. Also, ich glaube, ich habe immer so einen Satz im Kopf, so hart in der Sache, weich im Ton, also es hat nicht zwingend nur was damit jetzt zu tun, aber ich glaube, du kannst beides sein, ich glaube, du kannst sehr bestimmt sein und kannst trotzdem auch Menschen mitnehmen und das ist aber, glaube ich, die Kunst, warum sich Kommunikationswissenschaftler oder auch jetzt Menschen, die sich genau mit diesen Themen ja jetzt wirklich in der Tiefe jeden Tag beschäftigen, da so brillant drin sind, weil das genau dieses Mühe ist, was, glaube ich, vielen einfach fehlt, was, ich würde auch nicht von mir behaupten, dass ich das perfektionistisch beherrsche, also das sind wir nicht, weil wir es nicht im Alltag machen, aber das glaube ich schon, du kannst, glaube ich, sehr gut, sehr durchsetzungskräftig sein, sehr bestimmend sein und kannst das mit sehr viel Weiche auch, um das jetzt mal so, um das damit zu beschreiben, umzusetzen sozusagen. Ja, und auf jeden Fall sollte einem klar sein, dass bei Kommunikation halt ganz, ganz viel Psychologie halt einfach drin steckt und natürlich ist es, es hat ja wirklich dann was von Kampfkunst oder so, weil du halt dann jedes Detail, wie jede Bewegung oder hier jedes Wort mal auf die Goldwaage legst und hinterfragst oder versuchst, Techniken auch zu erlernen oder dir etwas, was du als kontraproduktiv ansiehst, abzugewöhnen, zu sagen, das will ich so nicht mehr sagen oder so nicht mehr machen. Ja, das kann natürlich auch voll anstrengend sein, weil das ja Dinge so verkopft, aber man muss das ja auch nicht die ganze Zeit und nur machen, man muss ja nicht jeden Tag eine Stunde mit sich selbst ins Gericht gehen, wie habe ich heute kommuniziert, aber sich dann mal damit mit einem Buch oder mit einem Workshop oder sonst was mit sowas zu beschäftigen und zu sagen, ich ziehe mir jetzt mal gewaltfreie Kommunikation rein, weil ich glaube, das könnte mir vielleicht helfen, dass die Dinge nicht immer direkt eskalieren mit dem Ralf, so. Ja. Das hilft auf jeden Fall. Wir waren dann beim nächsten Punkt, wäre dann das Bedürfnis, da hatte ich gesagt, für mich ist es wichtig, dass unser Büro morgens top aussieht und dass Arbeit immer vergeteilt wird. Schon wieder zwei Bedürfnisse auch reingepackt. Oft ist uns selbst oder anderen gar nicht klar, welches Bedürfnis eigentlich dahinter liegt, konnte ich da lesen. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du bekommst zu wenig Geld, dann steht entweder dahinter, dass du das Bedürfnis hast, deine Miete zahlen zu können oder das Bedürfnis hast, gerecht behandelt zu werden oder dass du einfach das Gefühl haben willst, gewertschätzt zu werden oder dass du halt gewertschätzt werden möchtest. Das sind alles verschiedene Bedürfnisse, die dahinterstehen können und alles ist ja total plausibel und wahrscheinlich oft Teil der Wahrheit, aber sich dieses Bedürfnis erstmal klarzumachen für sich selber kann Sinn machen und es auch zu kommunizieren und anderen Leuten klarzumachen. Dann wurde da auch geschrieben, du kannst lernen, Wut nützlich auszudrücken. Man wird wütend oder gewalttätig, in Anführungsstrichen, wenn auch nur verbal. Man geht hier ja nicht umschlagen. Wenn du glaubst, dass andere Leute Schuld daran haben, dass es dir schlecht geht und meinst, dass die dafür bestraft werden sollten oder bestraft werden müssen vielleicht auch, damit sie aufhören und das nicht wieder tun. Empfohlen wird dir dann, das haben wir alle im Kindergarten schon gehört, du sollst erstmal durchatmen, wenn du wütend wirst und dann sollst du darauf achten, ob du Gedanken hast, die Urteile über die Situation oder Urteile über andere sind. Du sollst diese Urteile halt eben weglassen und identifizierst erstmal die unerfüllten Bedürfnisse bei dir, die halt diesen Urteilen dann eben zugrunde liegen. Also du willst dem auf den Grund gehen, warum macht mich das eigentlich gerade so wütend? Warum triggert mich das so, dass die Johanna hier, weiß ich auch nicht, die Kaffeetasse nicht weggeräumt hat? Keine Ahnung. Und dann kommunizierst du halt eben, was du fühlst und was du brauchst und vielleicht ist dann auch, wie gerade schon bei den Gefühlen besprochen, das macht mich wütend, gar nicht das Richtige, sondern es ist eher, ich fühle mich alleingelassen oder auch doch nicht, da muss man dann halt eben diskutieren. Und ja, wichtig ist dabei immer, du solltest für deine Handlung und für deine Absichten halt Verantwortung übernehmen. Deine Handlungen führen zu Gefühlen bei anderen Leuten, aber andersrum, du bist auch nicht der Sklave der Gefühle anderer. Das fand ich auch einen ganz spannenden Punkt dabei, wenn man hier sagt, man bringt halt eben seine Gefühle rüber, denn das kann man natürlich auch ganz schnell missbrauchen als rhetorisches Mittel. Nur weil jetzt jemand sagt, das macht mich wütend, wenn du die Strohhalme nicht farblich sortierst, heißt das noch nicht, dass du jetzt die Strohhalme sortieren musst. Vielleicht ist das ja totaler Schwachsinn, die Strohhalme farblich zu sortieren. Das Gefühl ist das Ergebnis davon, wie Katja die Situation interpretiert. Dass Katja jetzt Ordnung wichtig ist und sie denkt, sie würde mehr aufräumen als andere und das heißt aber noch nicht, weil sie sich so fühlt, dass du es unbedingt genau so machen müsstest und alles andere asoziales Verhalten wäre. Es hilft aber auf jeden Fall, wenn Katja einmal sich selber klar macht und benennt, dass sie will, dass zum Beispiel Kunden einen guten Eindruck von euch haben, wenn sie bei euch ins Büro kommen, damit ihr sie dauerhaft binden könnt. Weil das vielleicht bei dem bunten Strohhalm irgendwie dahinter steckt. Zu guter Letzt, letzter Punkt war dann die Bitte, mit der du das Ganze dann abschließt. Denn wenn du deine Gefühle nur benennst, weiß der andere vielleicht aber auch noch gar nicht, was willst denn du jetzt von mir? Worauf läuft das hinaus? Das ist manchmal vielleicht gar nicht so selbstverständlich. Da muss man sehr darauf aufpassen, dann aber auch wirklich eine Bitte zu formulieren und keine Forderung. Eine Forderung empfinden nämlich die, die nicht damit einverstanden sind, als Kritik an sich. Und das ist schon wieder ein Problem. Ist ja Antikampfkunst hier. Oder sie empfinden das als Versuch, ihnen ein schlechtes Gewissen zu machen mit dieser Bitte, mit dieser Forderung dann. Eine Bitte macht immer auch aus, dass es legitim ist, wenn ihr nicht nachgegeben wird. Du bittest halt jemanden darum. Und dann ist es auch okay, wenn derjenige halt eben Nein sagt und die Strohhalme nicht sortiert. Auch wenn du gerade gesagt hast, dass dich das stressen würde oder was auch immer. Wenn du jemanden um etwas bittest, ist dann der Tipp, versetz dich immer auch in die andere Person. Das ist wieder die Empathie, weil es in der gewaltfreien Kommunikation eben nicht darum geht, die Person zu dieser einen Sache zu bewegen. Das ist auch schön, aber vor allem das größere Ziel, nicht aus dem Auge verhalten, eine Beziehung verlieren, nicht aus dem Auge verlieren, eine Beziehung aufzubauen, die auf Ehrlichkeit und Empathie beruht. Und da hat man dann dauerhaft was davon. Und ich fand es total spannend, da immer wirklich ins Klein-Klein reinzugehen. Ich habe dann wieder bei Wikipedia geguckt, da wurde auch so ein Beispielsatz formuliert und da steht dann als Bitte, sage mir bitte, ob du bereit bist, dein Geschirr gleich nach dem Essen abzuspülen oder gemeinsam mit mir nach einem Weg zu suchen, wie unser beider Bedürfnis nach Ordnung erfüllt werden kann. Das ist nicht, wie du den Satz findest, aber ich fand den erstmal irgendwie zum Kotzen. Ja, weil er wahnsinnig lang ist und man demjenigen einfach nur sagen will, verdammt nochmal, jetzt pack deine Scheißdasse und deinen Teller bitte in die Spülmaschine. Aber wenn man den durchgeht, da ist einfach sehr viel Wahres drin. Also weil man direkt natürlich auch sagt, hey, ich finde das halt blöd, dass ich da irgendwie die Sachen abräume und du nicht und ich, ne, so. Ist doch alles legitim und wahrscheinlich auch alles nach Lehrbuch dieser Satz formuliert. Ich habe mich dann gefragt, warum finde ich das eigentlich irgendwie zum Kotzen? Dachte mir dann, der Teil da drin, sag mir bitte, ob du bereit bist, gemeinsam nach einem Weg zu suchen. Wahrscheinlich sowas. Also warum soll ich das so nicht bereit sein? Ich bin ja kein Assi. Also das empfinde ich dann vielleicht wieder als passiv-aggressiv so, weil es irgendwie impliziert. So nach dem Motto irgendwie, du kriegst es nicht mal hin in den Teller. Jetzt hinterfragst du noch, ob ich überhaupt bereit bin, einen Weg zu finden. Genau, das macht es total schwierig und man muss sich immer fragen, ist der eine dann dünnhäutig oder hat der andere sich wirklich doof ausgedrückt und deshalb fand ich nochmal aus dem Buch ein paar konkrete Tipps ganz gut, worauf sollte man achten. Also einmal spezifisch formulieren, übrigens auch in meinem Beispiel habe ich eine Gruppe um etwas gebeten, das ist schon immer ein bisschen schwierig, weil das ja auch nicht spezifisch ist. Ich rede hier mit sechs Leuten, vielleicht fühlt sich keiner angesprochen oder der Falsche. Dann soll man immer im Aktiv formulieren, also grammatikalisch. Also ich möchte, dass mir geholfen wird. Also nicht, ich möchte, dass mir geholfen wird, sondern bitte hilf mir. So, okay. Und du sollst das formulieren, was du möchtest und nicht das, was du nicht möchtest. Ja? Ja. Habe ich in dem einen oder anderen Verhandlungsführer auch schon mal andersrum gelesen, aber in der gewaltfreien Kommunikation sagt man das so. Und die Bitte ist, dass alle, bevor sie gehen, aufräumen und nicht, dass keiner Sachen stehen lässt. Mhm. Ja? Okay. Kommt besser und gewaltfreier an. So, also nicht bitte arbeite weniger, Schatz, sondern können wir bitte mehr Zeit miteinander verbringen. Ja. Auch wieder. So ist eigentlich bei uns das Gleiche. Positive Kommunikation ja auch. Ja. Genau, genau, genau. Und ja, so kommunizieren zu können mit den vier Teilen ist die magische Formel der gewaltfreien Kommunikation. Und sich das so anzugewöhnen und solche Bitten immer wieder so rüberzubringen. Die halt abzuleiten, die Gefühle, das zugrunde liegende Bedürfnis deutlich zu machen und das dann in eine Bitte münden zu lassen und dabei darauf aufzupassen, nicht aus Versehen dem anderen doch einen Nackenklatscher mitgegeben zu haben, ohne es gemerkt zu haben. Und du kannst diese Techniken dann auch, wenn du sie ein bisschen beherrschst, benutzen, um zwischen anderen zu vermitteln. Du versuchst dann dabei nicht eine objektive Außenperspektive als unbeteiligter Dritter einzunehmen, sondern du hilfst eine Verbindung zwischen den zwei Parteien herzustellen. Auch dazu kannst du mehr lesen in Büchern über gewaltfreie Kommunikation. Oder man kann, was ich auch spannend fand, du kannst auch wiederum lernen, wie du auf gewalttätige Kommunikation anderer reagieren kannst. Ist ja jetzt auch lustig. Wenn dich jemand kritisiert, dir etwas vorwirft oder was verlangt, dann arbeitest du dann heraus, was derjenige beobachtet hat, was er dabei gefühlt hat, welches Bedürfnis dem zugrunde liegt und worum er bitten möchte. Weil man einfach glaubt, das ist eine Technik, wenn wir die beide anwenden, dann kommen wir schöner, harmonischer durchs Leben. Noch was, allerletzter Punkt, du kannst die Technik auch benutzen, um Mitgefühl mit dir selbst zu entwickeln. Nochmal hier, Bonus-Feature on top. Also anstatt dir halt selbst Vorwürfe zu machen. Wenn du dich schämst für was, was du gemacht hast oder dich irgendwie schuldig fühlst, dass du das und das gemacht hast, was könnte man denn mal gemacht haben? Fällt dir ein witziges Beispiel ein? Keine Ahnung. Vielleicht hast du dem Chef was geklaut oder so. Keine Ahnung. Vielleicht hast du ihm die Frau ausgespannt. Irgendwie so Dinge, die im Büro passieren. Wenn du dich jetzt schämst oder schuldig fühlst, dann erklärst du dir selbst dein Gefühl aus dem dahinterliegenden Bedürfnis. Dann folgt daraus, wie du dich stattdessen verhalten möchtest. Und das soll dir dann helfen, auch dir selbst zu vergeben und die Schuldgefühle irgendwann zu überwinden. Du machst dir klar, ich fühle mich so, weil ich das und das brauche. Und dann konzentrierst du dich nicht auf das, was schiefgelaufen ist, sondern darauf, wie du es in Zukunft machen möchtest. Abschließend meine Learnings daraus, was ich jetzt am spannendsten fand aus diesem kleinen Abriss zur gewaltfreien Kommunikation. Erstens, ein Team sollte sich auf die Grundsätze und Techniken der gewaltfreien Kommunikation einigen und sie trainieren. Ich glaube, das ist etwas, was man in jedes Team mitnehmen kann, was auf jeden Fall hilfreich ist. Diesen Workshop sollte man mal machen. Zweitens, lerne zu beobachten, ohne zu urteilen oder zu bewerten, um diese Dinge überhaupt erstmal klar voneinander zu trennen, die diese vier Bestandteile ausmachen und das nicht immer automatisch schon direkt zu vermischen. Dann drittens, lerne, wie man mit Menschen spricht, ohne sie anzugreifen. Ich glaube, so ein bisschen der Kern von dem allen, wie ich es verstehe. Und viertens und letztens, such keinen Schuldigen für deine Gefühle, erkenne und vermittel deine Bedürfnisse. Zu dem Gefühl gehören immer beide, der Stimulus kommt von dir, weil du, keine Ahnung, schon wieder mein Handy geklaut hast. Aber mit dem Gefühl darauf, so und so jetzt zu reagieren, das liegt auch an mir. Und wer im Recht oder Unrecht ist, steht halt irgendwie nochmal auf einem anderen Blatt. Du hast ganz viel mitgeschrieben. Ja, ich habe mitgeschrieben, einfach um mir das nochmal so vor Augen zu führen, weil da einfach super, super viel drinsteckt. Also ich glaube erstmal, das hast du ganz am Anfang gesagt, schlechte Kommunikation. führt zu schlechten Beziehungen. Haken dran. So wichtig. Also wir haben im Arbeitsleben, im Berufsleben, im Privaten immer mit Beziehungen zu tun. Ja. Und mit so viel schlechter Kommunikation. Und ich glaube, da kann jeder ein Lied von singen. Und das einfach mal zu hinterfragen, wo ist das Kommunikationsproblem und mit was für wenigen kleinen Interventionen eigentlich man schon Dinge lösen kann. Also es geht ja gar nicht darum, ihr sollt jetzt alle Profis drin werden in gewaltfreier Kommunikation. Dann hättet ihr wahrscheinlich auch irgendwie gewaltfreie Kommunikation studiert gelernt oder was weiß ich, ja. Sondern es geht ja darum, du hast es in den Learnings ganz schön zusammengefasst, einfach besser zu beobachten, zuzuhören auch. Gehört ganz, ganz viel für mich auch dazu. Also auch zuhören, bewusst aktives Zuhören und beobachten. Weil dann kann man auch erkennen, was für ein Bedürfnis hat denn mein Gegenüber gerade. Ja. Und wo fühle ich mich vielleicht angegriffen? Was macht das mit mir und meinem Gefühl? Ja, da wird man ja immer in so eine ESO-Ecke gedrängt, ja, wenn es um Gefühle geht und irgendwie, du hast es Hippie genannt. Und auch das ist ein Problem eigentlich. Allein das ist schon auch ein Problem, dass es immer wieder in diese Ecke gedrängt wird, weil gerade diese Art von Soft Skills sind ein Riesenthema, wenn es um Zukunftsfähigkeit geht. Und das kommt mehr und mehr glücklicherweise ja auch heute, dass das nämlich wichtig ist. Also Kommunikation zu lernen, richtige, wichtige, richtige und falsche Kommunikation ist vielleicht auch falsch, bewusste Kommunikation zu lernen, also darauf zu achten. Empathiefähigkeit, klar, ist ein riesen Zukunftsskill. Jetzt gerade, wenn alles automatisiert wird und digital wird und wir haben letzte Woche über das Metaversum gesprochen, ja, virtuelle Welten, also all das, was eben Computer nicht machen können, wird doppelt und dreifach wichtig werden. Also dazu gehört Empathie, ja, so. Und genau, und dann glaube ich tatsächlich, viele wissen gar nicht, worum es genau geht bei gewaltfrei. Ich glaube, das ist heute nochmal klar geworden. Also da geht es jetzt nicht um, wenn man zehnmal Fuck hintereinander sagt oder sowas. Genau, und es muss auch nicht unbedingt jetzt sein, dass man sich beleidigt oder bedroht und sagt so, du räumst das jetzt weg, sonst mache ich hier und da. Ja, es sind schon die zehn Ausrufezeichen in einer E-Mail, die hinter einem Satz sind. Das ist schon, es ist nicht gewaltfreie Kommunikation. So minimale Dinge einfach, darauf zu achten. Ich glaube, wenn man sich diese paar Punkte einfach in Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und dann bitte einfach mal vor Augen hält und das mal austestet, dann merkt man, das hat Wirkung. Und das ist schön, das finde ich gut. Ist auch noch ganz interessant, wir kommunizieren ja heute viel mündlich, aber auch viel schriftlich. Ja. Auch gerade im Arbeitsalltag, aber auch nicht nur, auch privat. Allein jetzt in so einem Messenger, da kann ich jetzt irgendwie dir eine Sprachnachricht schicken oder ich kann dir halt was schreiben. Du hast gerade von E-Mails gesprochen, glaube ich, mit den Ausrufezeichen. So auf der Arbeit benutzt man auch mal Messenger und so weiter. Wir kennen das ja auch alle, dass da manchmal auch die Kommunikation schwierig werden kann. Da hat man gleichzeitig aber auch wieder den Vorteil, dass du ja mehr Zeit hast, sogar auf sowas zu achten. Also wenn du jetzt jemandem die E-Mail schreiben willst oder auch nur im Messenger antworten, vielleicht am besten noch in einer hitzigen Gruppendiskussion, hast du immer noch aber ein paar Sekunden oder eine Minute mehr Zeit dir zu überlegen, wie du das formulierst und kannst rein theoretisch dir sogar deinen gewaltfreien Kommunikationsspickzettel aufmachen und nochmal diese vier Elemente angucken und überlegen, habe ich die da drin. Und habe ich wirklich hier das Bedürfnis von dem Gefühl getrennt und irgendwelche Interpretationen rausgelassen und habe ich auf Unterstellungen verzichtet und ist meine Bitte wirklich eine Bitte oder ist die eigentlich eine Forderung? Und dann auf diese Kleinigkeiten zu achten. Im Reden muss man das dann natürlich in Echtzeit beherrschen, aber das kann man sich halt auch dann antrainieren und da ist vielleicht dann auch noch mal eine Nummer schwerer. Aber immer bei sich anfangen. Ich glaube, das ist das Einfachste. Also ohne jetzt einen Katalog aufzumachen oder seinen kleinen Spickzettel rauszuholen, was das Beste wäre. Meist hat man die Zeit nicht, gerade wenn man gerade kurz vor Wutanfall ist, dann holt man oft seine Spickzettel nicht raus. Aber dann einfach das auch umzuformulieren in Ich-Botschaften. Ich glaube, das ist schon ein guter Anfang. Einfach, oder? Du schmunzelst. Aber ja, trotzdem. Ich habe geschmunzelt wegen deinem Smiley-Tatto. Tatsächlich. Du hast mich gerade angelächelt, um es zu merken von deinem Unterarm aus. Ja, genau. Deswegen ist der auch da, tatsächlich. Richtig cool und auch sehr gewaltfrei, der Kollege. Absolut. Schön. Ja, das ist doch ein schönes Ende, oder? Hier mit so einem Smiley am Ende. Voll. Also mir hat es auf jeden Fall auch was gebracht, mich damit schon früher ab und zu mal am Rande zu beschäftigen und jetzt auch nochmal das für die Folge weiter zu tun. Und das Gefühl hatte ich jetzt auch von den Sachen, die du gesagt hast. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein richtig gutes Tool, mit dem sich jeder mal ein bisschen beschäftigen sollte und ein wenig daraus mitnehmen. Gutes Führungsinstrument auch für alle, die das mal werden wollen oder das sind. Ja. Auf jeden Fall wichtig. Die Antikampfkunst, die verbale. Richtig. Okay, dann danken wir euch fürs Zuhören. Gebt uns gerne Feedback. Gebt uns Anregungen für die Zukunft. Äußert gerne eine Bitte, ohne eine Forderung zu formulieren. Wir freuen uns drauf, wie immer, auf den gängigen Kanälen und wünschen euch jetzt noch eine schöne Nach-Oster-Zeit, sozusagen. Genau, die berühmte Nach-Oster-Zeit. Und nächste Woche sind wir dann hoffentlich wieder mit Philipp am Start. Absolut. Wir freuen uns. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Tschüss.